einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und begrüße euch ja zum neuen angezockt wir wollen jetzt hier race of the light anzocken soll auch wieder aber düsteres sein irgendwie horrormäßig ich bin mal gespannt ist auch ein playstation 5 spiel ich habe nur ein paar bilder gesehen mit verlassenen gebäuden kommt auch wieder aus russland ich habe schon zwei oder drei vier games aus russland angezeigt wie gott zum beispiel ja auch da passiert ordentlich hat sprache deutsch kamera farbe lassen wir mal so das sieht bei euch im orient ok aus aber die lautstärke wir gucken uns erst mal an ein bisschen viel ausschlag auf die hälfte runter deshalb so das negative an meiner capture karte kann man immer noch raten wie der ton richtig ist wenn man halt minimale ausschläge hat und die sind dann aber immer extrem laut dass der strom noch fließt licht zeigt dir den ausgang also Wir können rennen. Wir können rennen. Wir brauchen irgendwie ein Werkzeug, damit wir das abbekommen, aber ich sehe hier auch nirgendwo. Wie Werkzeug. Es sei denn, ich habe es übersehen wieder. Ich habe es übersehen. Ich habe es übersehen. So ein Geräusche kenne ich eigentlich nur von The Walking Dead. Wieso kann ich hier nicht raus? Sieht doch gar nicht so hoch aus. So ein Schrank. Hier hätten sie immer ein bisschen mehr zubauen müssen, damit man nicht denkt, dass man da lang kann. Hier geht es runter. Wir erforschen aber erstmal noch ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. So ein bisschen. Ja. So. So. Ach, das ist doch gar, das ist eine R, ich habe ganz gelesen, ganz, wollte ich sagen, weil du nicht mit ganz, gar kein Gedauern, wir alle haben es verdient. Was habt ihr verdient? Ups, da gibt es eine Trophäe. Also ja, warte mal, Eva uns, oh boah, Eva uns jetzt hier weiter vorwarnen. Wegen mal schnell nachgucken, weil da fragen auch mal viele nach, hat es Platin? Es hat Platin und insgesamt 16 Trophäen. Wir haben ihn jetzt hier wieder. Aber wir müssen das auch noch mal vorwarnen. Die sind hier. Okay. Wenn die Reihenfolge klar ist, geben die Bilder einen Sinn. Okay, das ist das erste Bild, was ich habe. Kann ich das jetzt mitnehmen oder so? Oder sammle ich das für später? Da war eine 7 auf dem Flugzeug. Wenn die Reihenfolge klar ist, geben die Bilder eine Antwort. Und die Reihenfolge. Wir sehen eine 7. Sind die vielleicht noch mehr Bilder? Was ich nicht gesehen habe. Ja, wir erforschen mal weiter. Vielleicht gehen wir noch nicht runter. Da geht es ja runter. Hier. Oder? Geht es überhaupt runter? Ja, es geht runter. Wir wollen aber nicht runter. Hier haben wir noch eine... Ach, hier haben wir auch noch ein Bild. Null. Okay. Machen wir richtig old school. So wie damals mit Zetteln. Aber jetzt mal mit Handy. Wir haben... Ich muss gerade mal hier mehr Memo aufmachen. Wir haben eine 7. Und wir haben eine 0. So. Geschlossen. Okay, also wir müssen hier noch irgendwo Bilder finden. Das ist es nicht. Da unten? Nee. So. Bücher geht. Alles, was man in der Apokalypse halt nicht braucht. Ey. Was ist das nicht mal in einem Flugzeug? Muss dann aber mit Edding aufgemalt sein. So, 15. Wenn die Reihenfolge klar ist. Okay. Was ist dann einfach hierher. Peace. Das war nicht so. Dann wären wir lieber nur hier drinnen. Boah, noch ein Bild brauche ich noch. Oder? Ein Vogel! Da wurde eine Nesterung zwar wie eine Blitzung seit der Menü. Du musst jedoch... Die Entscheidung ist dringend zu treffen. Wir haben einen Schlüssel. Ich glaube das zocken wir als nächstes erstmal im Stream. So zwischen Watch Dogs oder so. Ne, nicht Watch Dogs hier. Sleeping Dogs mache ich ja gerade. So zwischen Watch Dogs oder so. Hier geht's nicht weiter. Guck mal hier durch. Hier geht's nicht weiter. Guck mal hier durch. Wir haben einen Schlüssel, aber wissen nicht wo für Wetter ist. Okay. Hier geht's auch raus. Irgendwie schaudert es mich die ganze Zeit bei dem Spiel, ey. Ach. Trophäe gekriegt. Ich denke mal, es wird dir auch nicht so schwer sein Platin zu machen. Wir haben uns halt nur an alle denken. Alles untersuchen. Gucken. Gegenklopfen. Was? Hier? Hier haben wir noch ein Bild. Hm. Hm. Da sehe ich aber... Da sehe ich aber keine Zahl. Wenn wir jetzt nur die Frauen nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ihr hättet ne Elf. Ihr hättet ne Eins. Ich schreibe mir mal das auf. So. Eine Sieben. Eine Null. Und eine Elf. Wenn wir die Männer noch dazu zählen, oder nur die Männer zählen, wäre das vielleicht eine Zwei. Okay. Ich glaube aber eher oben ist noch ein Bild. Wir müssen nochmal einen Stockwerk hoch denn. Ach, noch ein Schlüssel. Ein, das ist relativ high. Und jetzt kommt hier, wo sie sich nicht machen. Du kannst hier nur die Pläne machen. Oh. Das ist relativig. Ich höre, wie sie liebt. Ich habe momentan alle Chancen. Oh. Ich habe jetzt die, die Flasen zu machen. Da müssen wir in den Sinn auch gucken, nicht dass wir hier irgendwo was vergessen. Ach hier sind auch noch Bilder. Eine Acht. Dann machen wir das mal weg. Die Elf ist dann glaube ich eher uninteressant. Dann machen wir da eine Acht hin. Das andere Gebäude da. Vier Aurora. Damit merken wir uns mal die vier auch noch. Da ist keine Zeit. Da ist keine Zeit. Wo ist es hier? Dr. Block ist hier. Okay. Hier waren wir glaube ich schon, oder? Ah ja. Das war die Tür, die zu war. Oh, was haben wir denn hier? Kein Strom. Kriegen wir hier Strom irgendwie her? Weil da ist ja was drinnen. Oder können wir das hier so aus... Wasel? Da ist doch! Untertitelung des ZDF, 2020 Er, hovandos. Ah, ert. Einmal falsch gedrückt, dann die Subtitels wieder aus. Ach, guck an, wir können Strom anmachen, oder was? Nee, wir brauchen eine Sicherung. Ah, ich denke mal, die ist in diesem verschlossenen. Die wird in dem verschlossenen Ding sein. Wir gucken mal hier, vielleicht haben wir ja hier noch irgendwo was. Sehr aus wie im alten Kino bei uns. Oh, mit diesem roten Bezug und so. Nee, wir haben jetzt was grün. Rot kam ja danach erst, also zu DDR-Zeiten halt. Also hier können wir uns dann auch irgendwas angucken. Gut, also. Wir müssen zu der... So, hier war es nicht. Wo war denn das? Was hier? Hier war es auch nicht. Archiv hier war es. Mit 7 haben wir angefangen, wo war es ja? So. 7. Ich guck mal nach, was haben wir denn jetzt hier für Nummern? Aha. 0. War hier oben noch. Und 8. 7. 8. 0. Ich do. Okay. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Oder war das mit dem Hochhaus hier oben, war das überhaupt eine Null? Warte mal, müssen wir noch gucken. Wo war denn das dranne, das Bild? Das war da vorne. Hier, eine Null. Okay, 0,7. Wir versuchen mal 0,7,8. Also war das ja, und das andere Bild war ja unten. Hmm. 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 Ist in der Playstation Plus? Müsst man sonst doch hier erklären, hier ein bisschen. Schade. Hier gibt es keine Videos, wie man irgendwas macht. Das ist nicht so, was ich hier? Nein. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Familie. Ich habe keine Familie. Was es gibt, wenn das Licht aus... Die Reihenfolge ist... Ach, wenn die Reihenfolge klar ist, geht die... Ich gebe die Bilder eine Antwort... Wenn die Reihenfolge klar ist... Was ist die Reihenfolge? Ich habe 7, 0 und 8... Ich habe 4 und 11... Eindeutige Zahlen sind natürlich die auf der Maschine und auf den Häusern... Das waren 0 und 8... Also musstet ja irgendwo... Irgendwo... Ich habe gedacht, da können wir dann doch noch irgendwo lesen... Also ich habe die hier vor mir, die Reihenfolge... Aber welche ist denn jetzt die richtige Reihenfolge? Erst die Häuser... Dann das Flugzeug... Erst das Flugzeug... Dann das eine... Dann das andere Haus... Ach Gott... Da haben wir jetzt fast alle Kombis schon durch... Würde ich jetzt mal sagen... Würde ich jetzt mal sagen... Wir könnten jetzt... Ewig rumraten... Aber ich bin mir auch... Nicht sicher... Nicht sicher... Ich sehe auch keine richtige Reihenfolge... Ich bin jetzt hier... 7, 8, 0, 8, 0, 7... Und vor allem... Wie sollen wir die richtige Reihenfolge rausfinden? Dann muss ja irgendwie... Irgendwie einen Hinweis geben... Also... Das war die... Hmm. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich das jetzt hier... Ich bin mir sicher, wie ich das hier... Ich guck mal hier grad was nach... Ich will jetzt wissen, ich will dieses scheiß Schloss... Ich muss ja irgendwie... Ich muss ja einen Hinweis geben... Irgendwie muss es einen Hinweis geben, wie wir da rankommen... Ich guck mir jetzt einfach mal jemand an... Der hätte die Macht hat... Der hat auch... 0,4... 0,4,7... Wie kommt der denn auf die 4... Auf die 4 bin ich doch auch irgendwie gekommen... Aber wie... Wo war denn die 4 jetzt her... So... Aber wir haben hier keine Sicherung, nur eine Filmrolle... Also bleibt uns nichts anderes übrig... Wir müssen eigentlich rausgehen... Wir müssen rausgehen... Um weiter zu machen... Aber das würde ich dann im Stream machen... Ich habe auch Angst, dass ich hier wieder irgendwas vergesse... Und dann draußen überfallen mich... Ich habe auch nicht irgendwelche Viecher oder so... Man ist halt auch nicht sicher hier... Da sind auch noch Gebäude... Aber man weiß halt nicht wie weit kommt man voran... Sollte man lieber weggehen... Sollte man lieber nicht weggehen... Und hört ihr das mit den Heroischen? Ein Bus... Die kenne ich noch... So hatten wir zu DDR... Ne, nicht ganz so... Aber fast so hatten wir zu DDR-Zeiten auch... 2 3 5 3 8 8 9 10 Komme ich hier nicht rein? Hmm, okay. Achso, wir kommen gar nicht weiter. Hier ist eine Mauer oben. Hier blinkt das ein Blitzstopp. Hier ist ein Blitzstopp. Dann gehen wir mal in das erste Haus. Ich bin schon wieder bei 50 Minuten. Das ist auch nicht gewollt, dass wir hier irgendwie rumlaufen. Wir kommen hier nicht durch. Da ist auch ein Zaun. Ich bin schon wieder bei 50 Minuten. Also wir sind auf dem Gelände. Wir kommen hier nicht, auch wenn es hier so aussieht, als wenn man hier mal so durchkommen könnte. Wir kommen nirgendwo hin. Also mit dem Haus muss noch was sein. In dem Haus, wo wir als erstes waren, muss noch was sein. Hier könnte eventuell noch was sein. Und ich habe die Vermutung, dass mit dem Bus auch noch irgendwas ist. Entschuldigung Leute. Also wir brauchen was zum Schneiden, damit wir das abkriegen. Oh, so was ich hier? Das könnte doch Schernobyl-mäßig sein. Dass wir die hier zurückgelassen haben. Die in der Irrenanstalt. So über der Zaun rum. Da ist noch ein Haus weg. Ach, endlich. Gut, wir müssen nach unten gucken und ein bisschen hüpfen. Das haben sie ein bisschen doof gemacht. Was jetzt? Was hat denn mit der Musik jetzt auf sich? Oh. Hm. Mir fehlt jetzt aber immer noch die die Sicherung. Ich habe eine Filmrolle, ich habe einen Benzinkanister, ich habe eine Taschenlampe. Mit dem kann ich irgendwas machen nachher. Und ein Schlüsselding noch nicht benutzt habe. Aber ich habe hier auch noch Sachen, die ich brauche. Okay, also so ist wohl gewollt, dass man nicht sofort in den Bus kommt. Wir haben ja mal einen Schrank rausgeschmissen. Vielleicht liegt hier noch was. Ah! Ein roter Schlüssel. Okay. Der könnte jetzt für das Haus da hinten sein. Ich teste mal gleich mal aus. Ich sehe, diese kleinen Spiele, die können manchmal so zeitraubend sein, wenn man sie eigentlich gut machen will. Weil man nicht unbedingt die Story beenden will, weil die haben meistens so eine geile Story. Oder Rätsel. Immer noch. Ah, fuck. Gut, also. Wieder zurück. Gut, also. Es spielt sich alles relativ in dem, um dem Haus ab. Ja, aber ich denke mal eher in dem Haus. Wir müssen dann auch irgendwo noch was vergessen haben. Rein theoretisch. Oh. Ein Keller. Ha! 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 Oh, ein Feuerzeug. Okay, da haben wir... Ach, wir haben ja Gott sei Dank Benzin gefunden. Man muss die Sicherung aktivieren. 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 Sicherung fehlt. Okay, also wir brauchen eine Sicherung. Um Strom zu bekommen. Gut. Gute Frage, nächste Frage. Ich guck mal weiter, was hier noch ist. So, hier kommen wir nicht rein. Aber ich habe da gerade eine Idee gehabt. Müsste doch, vielleicht, ich habe ja jetzt ein Feuerzeug gefunden. Müsste man doch eigentlich. Könnte aber wegbrennen. Oh, ist das? Oh, ist das? Oh, ist das? Oh, gut. Oh, ist das? Oh, ist das? Oh, ist das? Was ist das? Die Schranktür nicht reparieren. Die zweite klemmt und gibt nach, nur wenn sich die anderen öffnen lassen. Die zweite klemmt und die zweite klemmt und die zweite klemmt. Die zweite klemmt und die zweite klemmt. Die zweite klemmt und die zweite klemmt. Klemmt und gibt nach, nur wenn sich die anderen öffnen lassen. Die zweite klemmt und gibt nach, nur wenn sich die anderen öffnen lassen. Ja, aber die anderen habe ich doch geöffnet, die konnte ich doch öffnen. Eins, zwei. Die zweite klemmt und gibt nach. Die zweite klemmt und gibt nach. Wenn sich die anderen öffnen lassen. Die anderen lassen sich doch öffnen, habe ich doch geöffnet. Warte mal, ich habe eine Idee. So. Es sind ja sechs Stück. So, eins, zwei, eins, zwei. Das hier zu. So. Und das wieder auf. Und das wieder auf. So. 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 Fortsetzen. Weil ich denke mal, so viel wird es nicht sein. Weil das ist ja nur das eh eine Elende. Denke ich mal. Aber die Riesen sind schon cool und ich will unbedingt die Story wissen. Ich will wissen, was da dann noch weiter passiert. Und warum und was da überhaupt passiert ist. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, was euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Link zum Spiel packe ich euch in die Videobeschreibung. Gibt es im PSN. Für die PS5. Ich weiß nicht, ob es das auch für die PS4 gibt. Wenn wir gleich mal gucken. Ähm. Information. Das ist 11 Gigabyte groß. Aber. Einweist. Gästiges Eigentum. Spieleinhalte verwalten. Da ist nichts drin. Ich weiß nicht, ob es das für die PS4 gibt. Ich habe es für die PS5 gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ja, es ist ein bisschen längere Zocken. Es hat mich halt nicht losgelassen. Und vielleicht nehme ich auch morgen nochmal auf morgen Abend, wenn ich für mich alleine zocken kann. Und vielleicht wird es ja ein Let's Play, wenn ich dann nochmal eine Stunde brauche und dann vielleicht durch bin oder zwei Stunden. Ich weiß es nicht. Dann werden zwei Parts angezockt und halt das andere. Aber ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht bei dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.